So, ich würde sagen, hier kommt die Mannschafts-Ausstellung des FC Unterfühling. Mit der Nummer 25 im Tor, Sebastian Zitz. Die Nummer 2, Asya Arkadasch. Die Nummer 6, Dario Shabuta. Die Nummer 10, Taitun Arkadasch. Die Nummer 11, Mike Antonio. Die Nummer 19, Marvin Kretschmer. Die 20, Klobis Tocoro. Die 22, Trimadal Filotas. Die Nummer 30, Jerome Ferry. Mit der 1 und 2, 61, Burhan Bahadir. Die 80, Shahi Bahadir. Auf der Auswechselbank, Medlin Thor. Mit der Nummer 1, Viktor Antonov. Die Nummer 4, Adi Kutovic. Die Nummer 5, Vincent Keller. Die 23, Moses Daheri. Die 26, Andreas Paba. Die 31, Sami Alici. Das alles auf unserer Regie. Stefan Mehr und unser Chefkoch. Andi Kaba. So, liebe Zuschauer. Das Motto heute ist ja die volle Hütte. Das Stadion füllt sich langsam. Wo ist die dritte? Hier sind die Mannschaften vom TSV 1880 Wasserburg. Und der FC Lübner Ferry. Stadion füllt sich langsam. Hier sind die Jäu. Die Jäu. Die Jäu. Und der FC Lübner Ferry. Der FC Lübner. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.